So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Erstmal muss ich mein Maskottchen einblenden. Zack, da ist dieses Labras unten rechts in der Ecke von der Raid Mania, weil der das Erdnuss wieder mal die Raid Mania gewonnen hat und hat sich das Labras gewünscht. Also wer nicht weiß, was das bedeutet, dass uns den ganzen Monat, den ganzen August das Labras verfolgt, das hängt mit der Raid Mania zusammen, den Raid Mania Punkten, dem Gewinner der Raid Mania und dem Maskottchen, was derjenige sich dann immer aussuchen kann für den laufenden Monat. Dann habt ihr hier im Hintergrund eine richtig schöne Kulisse. Ihr seht da die Freiheitsstatue, New York und so weiter. Und ich möchte heute in diesem Video viele verschiedene Dinge tun. Erstens möchte ich hier drauf auf den Heute-Tab, da ist passend zu dem Event, was gestern um 10 Uhr gestartet ist, dieses giftige Sumpf-Event, eine befristete Forschung. Jetzt konnte man da verschiedene Aufgaben machen, ich hatte leider gestern keine Zeit. Normal gehe ich einmal raus und filme immer ab, wie ich die einzelnen Schritte löse, welche einzelnen Schritte es überhaupt gibt und zeige dann die Belohnungen. Jetzt ist das schon alles fertig, ich wollte das für mich abholen, habe aber gesehen, im Ersten ist einfach ein Shiny-Algit drin. Da habe ich gedacht, kannst du nicht abholen. Macht es nett, macht es im Video. Deswegen nehme ich das jetzt auf und wir holen es jetzt ab im Video. Denn gestern hat das giftige Sumpf-Event begonnen, ihr habt also diese Forschung bekommen. Algit wurde neu als Shiny eingeführt. Gleichzeitig stimmt, jetzt steht es auch noch, das ist sehr schön, dass das als Erinnerung auch dran steht. Nimm an Pokestop-Showcase in der Nähe teil. Es ist ein neuer Showcase aktiv wieder, wo ihr Algit und seine Weiterentwicklung auch in Showcases setzen könnt. Ich werde es kurz mal hier bewerten, weil das ja aus der Forschung kommt, ist das bestimmt noch richtig gut. Es hat zumindest drei Sterne, möchte den Rest auch noch abholen, was hier noch drin ist. Das habe ich mir nämlich nicht angeguckt, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt. Großartig, ich hole das jetzt hier im Video für euch ab. So, das ist der erste Punkt. Erstmal den Heute-Tab durchforsten, die ganzen Sachen abholen, die kleine Ausbeute aus meiner Forschung, dass ihr das seht. Aber das ist noch nicht alles, wir haben noch andere Themen für euch. Und das eine hat mich eigentlich komplett sprachlos gemacht schon wieder. Da müsste man auch wieder jetzt eine Geschichte dazu erzählen, aber so viel darf man ja eigentlich auch wieder nicht sagen. Also erzählt mir nur die Hälfte, die halbe Miete und das muss dann reichen. Und gleichzeitig fand ich noch was anderes Cooles, weiß ich nicht, ob ihr da drauf achtet. Das hätte man auch in einem extra Video machen können. Kennt ihr das Thema Fangkarten? Wisst ihr, was eine Fangkarte ist? Beziehungsweise, man könnte auch Fanghindergrund sagen, aber Hintergrund weiß ich nicht, klingt auch wieder komisch. Ich sage mal Fangkarte dazu, man kann mittlerweile ja auch nach Fangkarten suchen. Verschiedene Suchbegriffe gibt es ja in eurer Pokémon-Liste und man kann mit Fangkarte oder mit Fangort am Fangort irgendwas. Es steht irgendwas drin, das gibt es auf jeden Fall. So, ein Schadrago, Darn hätten Hunderter noch hergemusst, das wäre richtig cool. Leider jetzt hier nicht drin. Und ein Baldorfisch zum Abschluss. Nehmen wir auch noch mit. Bitteschön. Es gab verschiedene Städte, wo überall es schon Fangkarten gab. Leider sind die ja nicht garantiert. Ist ja nicht so, wenn man jetzt ein Raid macht in einer bestimmten Stadt, dass man dann eine Fangkarte kriegt. Da muss man Glück haben, dass man eins bekommt. Und Pupsi hat gestern ein Shiny gezogen und hat sogar eine Fangkarte im Hintergrund gehabt davon. Und dann hat sie noch ein Shiny gezogen und hat noch eine Fangkarte gehabt im Hintergrund. Und das fand ich so cool, habe ich mir direkt rübergetauscht. Das ist die ganze Geschichte. Wir haben ja eh sechs Spezial-Trades gehabt. Gestern, wer nicht weiß, was, wie, wo. Es ist gleichzeitig zu dem giftigen Sumpf-Event auch dieses Wochenende das Go-Fest in New York gewesen. Beziehungsweise läuft ja immer noch. Heute kann man da ja immer noch spielen. Wer da ein Ticket hat. Ansonsten alles Wichtige erfahrt ihr in meinem Heute-Tab von Giftiger Sumpf. Welche Boni alle aktiv sind. Auch, dass man zwei Raids pro Tag kostenlos jetzt machen kann. Das kommt auch hinzu. Dann bin ich hier mit der Ausbeute durch. Möchte ich jetzt, wenn wir einmal bei Fangkarten sind, mal kurz hier drauf. Wenn ihr auf mehr Anzeigen geht bei eurer Pokémon-Suche, seht ihr hier unten einen Begriff. Da steht drauf, hat Odds-Katte. Und bei hat Odds-Katte zeigt es euch alle Pokémon an, die ihr habt, die eine Odds-Katte haben. Und da haben wir hier verschiedene Pokémon, die ich euch jetzt noch zeigen möchte. Hier ein Rai Quarzer aus London. Das sieht cool aus. Noch mal, London müsste das sein. Manchmal geht es weg. Manchmal geht es wieder hin. Muss kurz warten, dass es wieder kommt. Immer noch London. Ein Groudon aus. Das dürfte Las Vegas sein. Groudon Las Vegas. Kjogre Las Vegas. Na, komm. Komm wieder her. Bleib doch bitte da, dann kann ich nämlich gleich so weitermachen. Ich habe die jetzt nach Pok- immer noch Nevada, Las Vegas. Jetzt hier. Das sieht gut aus, oder? Das ist New York. Das ist die Skyline von New York. Da ist ein Rai Quarzer. Und jetzt passt auf, ich habe ja gesagt, Pupsi hat ein Shiny bekommen. Und was für ein Shiny sie bekommen hat. Das ist kein New York mehr. Das ist Osaka. Genau, das ist Osaka, der Osaka-Hintergrund. Hier haben wir. Nochmal Osaka. Hier jetzt New York. New York Shiny Rai Quarzer über der Skyline. Sieht das nicht brutal aus? Das hat Pupsi einen Rate gemacht, hat das Ding bekommen. Da habe ich gesagt, boah, krass. Wir müssen eh was tauschen. Kannst du mir das rüber tauschen? Ja, sie braucht es eh nicht. Mitgenommen. Fertig. Latios habe ich hier vom Gehu Inselabenteuer von Genaya bekommen. Latias und Latios. Das habe ich nämlich beide gar nicht geratet. Da habe ich nicht drauf geachtet. Hier Xerneas auch von Osaka. Dann haben wir hier Ibeltal auch aus New York. Dann haben wir hier nochmal Xerneas. auch New York. Hier Latias eben von Gehu. Greselia. New York Skyline. Shiny Greselia. New York Skyline. Und das Ding ist Glücks. Das seht ihr jetzt, wenn es weg geht. Man kann also, selbst wenn es lucky wird, siehst du trotzdem den Fangort, den Fanghintergrund. Was manche ja nicht wussten. Die haben dann gedacht, dann siehst du den nicht und dann ist das Ding weg. Also, finde ich voll cool. Vor allem hier dieses Shiny. Fand ich gut. Brauche ich eh noch als Hunderter. Das ist Greselia. Hätte ja sein können, es kommt ein Hunderter da mit. Fang dort hinten dran. Dass das so aussieht und so glitzert, ist auch was ganz Besonderes. Jetzt, wenn wir aber gerade beim Thema Shiny sind, möchte ich mal kurz eingeben, was gab es denn Neues? Beim GoFest New York wurden eingeführt Golbit. Da möchte ich jetzt einfach mal das Höchste, was ich habe, entwickeln. Das sieht auf jeden Fall auch sehr genial aus. Erinnert mich an irgendwelche Edelsteins, Maragde, sonst was. Das entwickeln wir einmal durch. Von Golbit zu Golgantes. Und natürlich das, was beim giftigen Summi-Wen sowieso eingeführt wurde. Das Al-Git, was ihr aber noch die ganze Zeit jetzt bekommen könnt. Guckt mal, wie der aussieht. Das ist ein Bodengeist. Ja, es ist immer noch Bodengeist. Und er sieht einfach jetzt richtig dunkel und gemein und böse aus. 2.512. Der macht Spaß. Den will man so sehen. Al-Git kriegt auch noch was drauf. Al-Git ist das Höchste 727. Entwickeln wir auch mal. Ich habe Leute gelesen, die auch gesagt haben, Al-Git, das ist mein Lieblings-Shiny. Das sieht einfach am besten aus. Ist auch sehr düster, ja. Ist sehr düster. Rode Augen. Sieht schon aus wie ein Krypto. entwickelt mit einem grünen Kopf. Tandrak. Hat aber diese Kombination, so dieses Farbliche, haben wir glaube ich so noch nicht im Spiel sowas. Ihr habt ja ein schönes helles Blau trotzdem am Körper. Dann eher so lilanes. Lila-Braun-Gefaxe, grün noch am Kopf dran. Gelbe Streifen zum Abschluss, zum Abrunden. Das hat schon was. Das hat schon was. Muss man sagen. Aber jetzt. Jetzt das, weshalb ich so gehypt bin. Wir haben beim letzten Mal, muss ich mal kurz suchen. Luca. Wir haben beim letzten Mal, ja, ein 100% Lucario bekommen. Ich habe ein 100% Riolo letztens beim Tauschen bekommen. Wir haben jetzt ein 100% Lucario bekommen. Ich habe ein Video dazu gemacht, das ich beide gemaxed habe. Auf 3056. Was ist passiert? Benny war es, glaube ich, der geschrieben hat, okay, nächstes Ziel dann. Shundo. Also Shundo. Was ein Shiny 100% ist. Dachte ich mir, naja, klar. Und ich hatte die Geschichte schon erzählt. Ich habe nach einem 100er geguckt. Und das erste 100er, was ich angetippt habe, war ein Shiny. Und ich habe gedacht, ah, das gibt es doch nicht. Ein 100er Shiny ist natürlich geflohen. Ist geflohen. Ich habe trotzdem aber nach 8 Stunden dann irgendwann ein zweites 100er gefunden, was ich einfach fangen konnte und dachte mir, hey, guck mal, ein 100er, wow. Das war damals. Das war Osaka. Wenn da so Osaka überhaupt war. War es Osaka? Ich muss kurz reingucken. Es war. Es war Osaka, genau. Aber jetzt. Was ist passiert? Warum ist alles so brutal? Wir drücken mal 4 Sterne. Wir gehen mal auf zuletzt gefangen. Was sehen wir hier? Ein Shundo. Das war das erste 100%ige, was ich gesehen habe. Und habe gedacht, ich brauche doch gar keinen 100er mehr. Ich habe doch jetzt die Familie voll. Ach, egal. Bist du in der Nähe? Klick es halt mal an. Und es glitzert. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das erste 100er beim letzten Mal. Shundo. Geflohen. Once in the Lifetime siehst du nie wieder. Jetzt denkst du, gut, es ist in der Nähe. Du siehst es. Geh halt hier. Klick es halt mal. Was passiert? Es glitzert wieder. Es ist einfach noch eine Shundo. Und es ist drin geblieben. Es ist drin geblieben. Ich habe mich gar nicht getraut zu fangen. Es ist drin geblieben. 100%. Es ist ein... Wie war das? Nächstes Ziel Shundo. Okay. Erfüllt. Familie voll. Fertig. Dann gab es auch noch ein 100%iges Aerodaktyl. Ich habe ja schon ein 100er Aerodaktyl. Da gab es natürlich jetzt bei den Go-Fasten in London, Osaka, New York, die mit Tasche. Das hat hier eine Tasche. 100% mit Tasche. Okay. Muss man das jetzt hochziehen, wenn man schon ein anderes hat? Und dann eine Mega-Entwicklung machen. Es legt die Tasche ja dann ab. Aber ich habe eh keine XL-Bonbons dafür. Deswegen... Eigentlich war das für mich zweitrangig. Das war auch nur so nebenbei. Und weggesnackt. Und was ich besonders cool noch fand... Grüße an Dandro an der Stelle. Danke. Wirst du Bescheid sagen. Der hat nämlich ein 100er Gladiantri gefunden und hat mir dann gesagt, hier sitzt das. Und dann habe ich mir das auch geholt. Denn in einem Habitat war eben Lucario nochmal drin. In einem anderen Habitat gab es Klick. Mein Ziel wäre gewesen, einen 100% Klick vielleicht zu kriegen. Hat sich nicht ergeben. War nicht dabei. Klick ist zum Pokémon, wo ich mir denke, kriegt bestimmt eh irgendwann nochmal ein Sea-Day. Was ist noch? In einem dritten Habitat gab es Gladiantri. Was ihr normalerweise nur aus 12 Kilometer Eiern bekommt. Man da Glück haben muss. Ihr seht, ich habe damals schon viel gebrüdert. Mit 1495 XL. Okay. Aber 100er habe ich nicht gehabt. Und jetzt. Das ist ja wie bei Lucario. Level 1er. Wollen wir das mal entwickeln. Mal gucken, was draus wird. Denn ich habe noch ein zweites bekommen. Mit 1065. Ich glaube, das werde ich sowieso... Komm, wir pushen das jetzt einfach hoch. Ich habe einfach Bock. Ich habe genügend XL. Ich bin dann durch mit denen. Wir machen hier auch gleich die Tags dran. Level 50. Und 100%. Zack. Ist das fertig. Auf 1620. Sieht man die Bewertung auch nochmal. Und jetzt wollen wir das gleiche mit dem hier machen. Aber den wollen wir erst entwickeln. So. Von WP20. Auf WP40. Und da wir eh beide hochziehen, ist es ja egal, welchen man jetzt entwickelt und welchen man nimmt. Man verbraucht ja eh den gleichen Staub. Aber es sieht lustiger aus, wenn ihr den von Level 1 auf Level 50 direkt zieht. Ich muss den Titel eigentlich wieder sagen. Level 1 bis 50. Hier. WP40. Das ist jetzt das Größte. Und das kriegt jetzt Power-Up. Von 40 auf... RUSCH! 3215. Wie genial ist das denn, oder? Dann sagt man immer, es macht doch gar keinen Spaß mehr. Man kann sich doch gar nicht mehr freuen. Und dann ist so alles dumme Scheiße. Aber wenn das Spiel dich ärgert, wenn du das Spiel der Zitronen gibst, dann mach ein Cesurio draus. Und dann freu dich trotzdem. Die Familie ist jetzt voll. Der Cesaro. Von WWE zu AEW gewechselt. Jetzt nochmal groß und fett geworden. Das finde ich richtig gut. Das gönne ich ihm. Also, Cesurio. 3215. Gladiandri. 1620. Und weil das eh hier untergeht. Mit dem Lucario. Hebe ich mir das Lucario auf. Werde das beim Max Out Monday maxen. Als dann eben. Riolu. Lucario. Und dann das Shiny Lucario. Und alles auf Level 50. Und alles in 100%. Und das hat was. Das hat was. Ich weiß, es gibt Leute, die snipen den ganzen Tag hin und her und irgendwas. Bei jedem CD hin und her. Bla, bla, bla. Aber ich bin eigentlich kein Fan davon. Ich wollte einfach nur das eine mir angucken. Weil ich in der Nähe war. Was ist passiert? Zatt geleuchtet. Zatt geglitzert. Da kam sogar der Adi an. Möchte nochmal Glückwunsch sagen. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß auch von anderen Leuten. Die haben gesagt. Boah, da ist auch ein 100er. Ich guck mal. Hö, Shiny. Also. Ich weiß nicht. Gefühlt. Geschenkt. Wahrscheinlich lag es am Ticket. Ticket also immer gut. Lohnt sich. Ich unterstütze gerne. Mein Hobby. Ich investiere da gerne Geld in mein Hobby. Ich hab da viel Spaß mit der Community. Dass ich gegenseitig absprechen. Machen, tun, hin und her. Austauschen. Sachen, die man nicht kriegt. Sachen, die man kriegt. Danke an Genaya. Danke an Dandro. Danke an Sandra. Danke an Adi. Danke an alle. Grüße an Marc. Niemals nochmal an der Stelle. Und weiß ich nicht. Ich fand das Wochenende auf jeden Fall richtig genial. Mir hat das mega Spaß gemacht. Jetzt. Bei mir ist 9.11 Uhr. 9.11 Uhr. Ich muss jetzt gleich noch Raids für Zuschauer machen. Mit Xenias und Evil Tal. Für euch. Wenn ihr da noch Hilfe braucht. Und 18.11 Uhr wollte ich ja nochmal Mega-Requaza-Raids machen. Die nochmal anbieten. Für die Leute, die da noch einen Shiny oder einen Hunderter suchen. Also. Gibt einiges zu tun. Nächste Woche das globale Go-Fest. Und da werde ich versuchen, auch Mittwoch, Donnerstag, Prodo-Raids für euch zu machen. Mit Kyokre. Mit Groudon. Für die Leute, die da Hilfe brauchen. Energie brauchen. Machen wollen. Gibt es jeden Tag nach der Raid-Stunde. Nach der Raid-Mania. Dann. Einen kleinen Stream. Wo man dann ein paar machen kann. Ansonsten weiß ich noch nichts. Woche wird kompliziert. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.